Ja, hi liebe Follower, hier ist der D-Briefrei und heute Mittag hatte ich meine Mutter besucht und wir haben mittags gegessen und sie hatte sich total gefreut, dass ich sie gestern abgeholt hatte am Hauptbahnhof und ihr den Koffer getragen hatte und sie hat sich auch total gefreut, dass ich ihr Rosen zur Überraschung schenkte und auch Erdbeeren kaufte, weil die sind super lecker und darüber hat sich meine Mutter total gefreut und dann hatte sie mir erzählt, dass ihre Schwester, die ebenfalls mit ihr in Kroatien war, dass ihre beiden Söhne am Flughafen nicht auf sie gewartet hatten und ihr die Koffer getragen haben und dass sie wieder auf meine Mutter neidisch war, weil ich das gemacht habe. Das hat wieder mir ein gutes Gefühl gegeben. Also man fühlt sich dann doch gut, dass man das gemacht hat und die Mutter unterstützt hat und ja, unterstützt eure Mütter, also weil die leben auch nicht ewig und ja, das gibt ja auch einem selber ein gutes Gefühl. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, so langsam neigt sich der Tag dem Ende zu und alles Liebe. Ciao, ciao, Roman.